Der Spannendste bei uns in der Schwimmer-Reft-Challenge ist immer der Schluss. Und zwar, wie kommt dieser grosse Kopf durch diese dünne Membrane durch? Das ist immer so ein Erlebnis wie bei der Geburt. Beim Abziehen nichts, das wäre dann umgekehrt. Aber wenn man es anleitet, ist es wie bei der Geburt. Ich zeige euch schon, dass es geht um... Jäger! Töne! Wunderbar, ich liebe das. Ich hätte den ganzen Tag noch das machen. Wunderbar, ich liebe das.